Wo ist Olaf? Ähm... Anna? Elsa? Sven? Hildegard? Ich... ich kenne nicht meine Hildegard! Das ist normal. Was war das? Samantha? Ich werde das verstehen, wenn ich erst groß bin. Dann bin ich erfahren und fast genial. Wenn ich alt und weise bin, macht auch das verdrehte Sinn. Und alles hier erscheint mir völlig normal. Uuhuah! Ich werde alles wissen, wenn ich groß bin. Dann hab ich auch im finsteren Wald noch Mut. Und ich sehe endlich klar, meine Ängste sind nicht wahr. Dann weiß ich längst, das Grauen hier ist gut. Entschuldigung! Bin ich erst mal erwachsen. Ich scheint, was kompliziert war, ganz schlicht. Ich bin reif und klug und ich fürchte keinen Spuk. Der mich dauernd anstarrt mit nem gruseligen Gesicht. Ich... Ja, das werd ich verstehen, wenn ich erst groß bin. Darum wird mir auch nichts Schreckliches geschehen. Ich träum von der schönen Zeit, wenn ich alt bin und gescheit. Denn wenn man groß ist, dann kann man die ganze Zeit verstehen. Also alles gut. Hallo Leute, das ist der Geist des Winter.